Fuck Hast du gerade ein schlimmes Wort gesagt? Ja Ich glaube ich unfollow auch ganz schön Ich kann leider auch, wenn meine Mutter es mir nicht erlaubt, nur Knopfdritsch zu folgen, die schlimmer Wörter benutzen So schön Guck mal rein Ich hätte das nur für eine Lebens非常 3 1 1 3 3 Untertitelung des ZDF, 2020